Junior and Assange, thank you for coming. I'm thankful to Wikileaks that they helped me to get the message out. Die Banken verlagern Teile ihrer Vermögensverwaltung in die Karibik. Sie gehen offshore. Ich hatte keine Ahnung, dass die Cayman Islands sind, die ich freue. Easy job würde ich nicht sagen. 1996 hat man angefangen, in den Cayman Islands die Hedgefund-Strukturen aufzubauen, also die Money-Making-Maschinen zu unterhalten. Wichtig ist, dass man nicht sieht, dass hier die Bank Julius Baer drin ist. Your folks knew that they were participating in this violation of US law. Zwei habe ich sicher gesehen, gerade mit Sturmkappen. Der Einten hat die Pistole auf mich gerichtet. Ich dachte, das ist jetzt Mafia. Ich habe dann gesagt, ich habe eine Lebensversicherung. Also Aladin, Argram, Rainy Day Trust, Bonspirit, das hat eine ganz interessante Name. Herr Elmer, müssen noch immer Steuersünder vor Ihnen zittern, weil Sie noch immer brisante Daten in der Hinterhand haben? Ähm, ja, ich denke schon. On behalf of UBS, I'm apologizing. I'm committing to you that we will take the actions necessary to see that this does not happen again. Der Elmer ist die Inkarnation vom Schweizer, wie er eigentlich ist. Die Inkarnation. Unabhängig, gesetzestreu und vor allem hartnäckig. Die Inkarnation vom Schweizer Die Inkarnation vom Schweizer Der Elmer ist die discutierende Bewegung.